Einsatzbereit! Hier! Sofort! Und los! Vorwärts! Hi Leute! Schnell! Verstärkt die Verteidigung! Verstärkt die Verteidigung! Hey Gegner, die du was trotten! Bleibt standhaft! Dort entlang! Vorsicht, Gegner! Bereit für den Kampf! Augen offen! Die schlagen zu! Gebiet sicher! Erwarte Befehle! Sind auf Feinde gestoßen! Erwarte Befehle! Ja! Kämpft, Männer! So, jetzt noch den erst ausschalten! Verstärkt die Verteidigung! Bereit! Erwarte euer Kommando! So! Alunkenhaube! Lapislazuli! Birkenstab und Zauberunsichtbarkeit! Befehl verstanden! Feuerstahlschild! Quartierter Rock! Der andere hat nichts getroppt! Leider! Stahlbogen! Oh! Fernkampf 5! Da hatte Münze und ein großer Torschlüssel! Auf meinen Befehl! Hier! Folgt mir! Schnell! Auf meinen Kommando! Und los! In die Schlacht! Mir nach! Ja! Schnell! So, der Jalunkenkappe ist doch perfekt für uns! Und ja, theoretisch können wir jetzt ihn hier gegen Thalia tauschen! So, sie kann den Ring tragen! Kann so eine Maske tragen! Könnt die Samtrube noch tragen! Den Schild! Und so einen Stab! Oh, könnt sogar den Schild tragen! Aber weiß... Ja doch! Den Schild! Weil was macht Charisma? Ah! Dann wäre es wahrscheinlich besser, hier mehr Charisma zu geben! Wenn das den Zauber stärker macht! Auf mein Zeichen! Erwarte euer Kommando! Und ich habe schon auf dem Weg! Hier jetzt meinen Aria-Schreib zu errichten! So, das kann ich nutzen für nochmal 5 Speer! Äh, 5 Scharfschützen! Gebt das Zeichen! Elend Segen! Ja gut! Und die restlichen 5 kann ich nutzen für Heiler! Muss ich dann bloß erstmal hier... Was wünscht ihr? Dass Aria abgewählt macht! Bereit für den Kampf! Gebt das Zeichen! So, machen wir das mal so! So habe ich mehr Kontrolle, nämlich! Und ja, die leisten hier auch ganze Arbeit, damit alles abzubauen! Das könnte jetzt noch ein bisschen dauern, bis wir das Aria zusammen haben! Erstmal für das Upgrade und dann für die Heiler! Weil das Upgrade ist... Das ist nämlich das Gemeine an diesem Spiel! Also erstmal, was ich sagen wollte, das Upgrade ist nicht unwichtig! Mehr Mana und Schild! Und das Gemeine hat im Spiel, diese Upgrades sind nicht retro! Das heißt, Einheiten, die ich schon habe, profitieren nicht vom Upgrade! Nur neue Einheiten! Also wenn ich jetzt Kleriker ausbilden würde, hätten die dann das Upgrade erst machen würde, hätten die kein Schild und immer noch das Standard Mana! Was unpraktisch wäre... Neue Fähigkeit verfügbar! Herr der Ruhne? So, die Fähigkeit hätten wir schon mal! Jetzt kannst du dich mal ein bisschen nützlich machen! Und ja, ich finde es ist ein schönes Gimmick, dass die Leute in den entsprechenden benötigten Gebäuden erst dann arbeiten... Äh... Wenn man auch einen Auftrag gibt! Solange stehen sie nur doof rum! Ja, meine ersten... Erwarte euer Kommando! Erstens, zwei Priester, die genau gleich aussehen! Ippi! Und ja, Aria soll übrigens geweihtes Wasser sein! Nenia sind elfische Kräuter und Monsilber ist zwergisch! Jedenfalls auf der guten Seite! So, unsere drei letzten Leute! Wir können jetzt unsere Bevölkerungslimit nicht mehr erhöhen! Das heißt, wir müssen mit den 30 Männern... Die wir jetzt hier zusammen kriegen, vorlieb nehmen! Wir müssen als erstes durch das Tor durch und das erste Lager überrennen! Jawohl! Folgt mir! So, da das Tor ist verschlossen, ein großer Schlüssel, bitte es öffnen! Den großen Schlüssel verwenden! Der Schlüssel passt, das Tor öffnet sich! Ja! Nehmt den Schlüssel von Sam und öffnet das Tor! Auf mein Zeichen! Sofort! Und los! Vorwärts! Sofort! Herr der Ruhne? Bin unterwegs! So, wir können uns ein bisschen Sicherheit verschaffen! Bereit! Und los! Indem wir uns hier ordentlich einbauen! Mir nach! Hey, da ist die erste Truppe von Elfen! Vorwärts! Und, ach du meine Güte! Kämpft, Männer! Bleibt standhaft! Hier! Sofort! Gebäude wurde errichtet! Erwarte Befehle! Sind auf Feinde gestoßen! Gebt das Zeichen! Erwarte Befehle! Die Verteidigung! Erwarte euer Befehl! Die Schaden halten! Gebiet sichern! Können wir uns zurückfallen lassen und die Goblin-Horde töten! Was wünscht ihr? An die Arbeit! Herr der Ruhne? Schon auf dem Weg! Wird sofort erledigt! Auf meinen Befehl! Schnell! Mir nach! Ein Zauber! Sofort! Mir nach! Und los! Gut, gehen wir erstmal hier oben rum zu Sindare! Oh, Bestienmenschen auf der Seite! Aber ich glaube, da ist uns ein Tor im Weg! Genau! Genau! Gebt das Zeichen! Befehl verstanden! Also, ihr erstmal hier runter. So, unsere Heimatfront ist geschützt. Das Zoo ist verschlossen, ein weißer Schlüssel könnte es öffnen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich mit ihm reden. Den Göttern sei Dank! Endlich kommt jemand zu unserer Rettung! Was ist geschehen? Tiermenschen haben uns überfallen. Wir sind Freihändler. Wir waren auf dem Weg nach Lianon. Plötzlich kamen diese Bestien über uns. Sie haben alle verschleppt! Wisst ihr, wohin man eure Begleiter gebracht hat? Wisst ihr, wohin man eure Begleiter gebracht hat? Jenseits des Steintores, südlich von hier, gibt es einen alten Steinbruch. Dort haben sie meine Gefährten eingeschlossen. Bitte, ihr müsst sie befreien! Die Bestien haben das Tor verschlossen. Es muss eine Möglichkeit geben, es zu öffnen. Vielleicht kennen die Elfen einen Weg. Dies ist schließlich ihr Land. Wer hält sie dort gefangen? Die Tiermenschen haben uns an eine Bande Oger übergeben und sich dann über unsere Ladung hergemacht. Die Oger warfen uns in den alten Steinbruch. Nur mir ist es bislang gelungen zu fliehen. Bitte öffnet das Tor und sucht den Steinbruch im Süden. Erschlag die Oger und befreit meine Gefährten. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Ja, Obi-Wan Kenobi. Oh. Wieder was zum Plündern? Erwarte euer Kommando. Gebiet sichern! Da kommt ein Ork. Was führt euch hierher? Ein Auftrag des Ordens. Ist dies die Siedlung der Eloni? Nein. Sie liegt auf der anderen Seite des Hügels. Ihr müsst durch das Wald tal, um sie zu erreichen. Wie ist eure Lage hier? Beinahe hoffnungslos. Noch konzentrieren sich die meisten Angriffe direkt auf die Siedlung. Solange das so bleibt, können wir uns halten. Doch was danach ist, daran wage ich nicht einmal zu denken. Wir haben viele Verwundete aus dem Wald geborgen. Ich muss mich um sie kümmern. Ihr entschuldigt mich. Ja, könnt ihr mir Krieger zur Seite stellen? Könnt ihr mir Krieger zur Seite stellen? Hm. Einige der Verletzten sind wieder so weit genesen, dass sie euch begleiten könnten. Gut. Die Bögen eurer Schwestern werden eine große Hilfe sein. Hier sind sie. Sie werden euch folgen, wenn es sein muss bis in den Tod. Hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. Viel Glück. Ja. Auf meinen Befehl. Schnell. Sofort. Feindkontakt. Schnell. Mir nach. Noch mehr Goblins. Gebt das Zeichen. Vorsicht, sie sind hier. Auf mein Zeichen. So, als erstes Mal. Oh, Minizem. Mir nach. Folgt mir. Sofort. Für den Orden. Vorsicht, sie sind hier. Ja. Und los. So, schlagt sie alle. Feindkontakt.